One Man! One Man! Während Dani und Thomas ihre Sidescenentour gemacht haben, sind wir zum nächsten Filmset gefahren. Das wird jetzt hier die nächste Spielstätte sein für die nächste Szene. VR Nation ist ein Ort, an dem man Virtual Reality Spiele spielen kann. Dani denkt, das ist Teil des Gewinnspiels, dieses Virtual Reality Set da mal auszuprobieren. Aber eigentlich ist es Teil unseres Drehs. Hier ist jetzt die Spielfläche. Das heißt, normalerweise kommt man hier rein, hat so einen Anzug an, die Brille auf, Handschuhe, am besten noch eine Knarre, und dann wird man in eine virtuelle Welt hineingespeist und kann sich dann hier tatsächlich bewegen. Genau das werden auch gleich unsere zwei machen. Also wir haben da natürlich auch alles vorbereitet. Überall hingen Kameras, überall waren die gut versteckt. Selbst die Leute, die so aussahen, als würden sie da einfach privat rumhängen, waren halt Leute von uns. Hallo, spielst du da gerade? Ne, ich tu nur so, dass ich nicht spiele. Ich bin Kampasel. Ah ja, das ist gut. Okay, danke schön. Der Fahrer wusste, dass er Thomas und Dani dahin bringen sollte, zu diesem VR-Nation-Set. Den hat sie dann abgeholt. Währenddessen waren wir schon in der Kommandozentrale. Sind da, sind da. Hallo. Seid ihr zum ersten Mal hier? Ja. Super. Ihr könnt erst mal eure Sachen in die Schließfächer packen. Dann ist was passiert, womit wir nicht gerechnet haben. Wir müssen, glaube ich, beide aufs Klo. Oh, okay. Sie hätte überall aufs Klo gehen können. Aber speziell da war es blöd, weil der Weg zum Klo ist durch unsere Kommandozentrale. Äh. Okay. Ähm, ich frag mal einen. Einen Moment. Ist nicht möglich. Wir sind beide auf Toilette. Ja. Okay, okay. Also wenn ihr auf Toilette wollt, müsst ihr einmal außen rum. Ihr müsst hier nochmal aus dem Gebäude raus und um die Ecke. Kannst du sie sonst einmal führen? Wollen wir das mal machen? Ja. Ja? Wollt ihr vielleicht nach dem Spiel? Ihr müsst jetzt. Ja? Okay, dann einmal mitkommen. Dann ist er mit denen vorne zum Haupteingang raus, hinten rum, dann durch zwei Innenhöfe und dann irgendwo wieder rein. Und dann waren die also praktisch auf dem Klo, was direkt hinter unserem Raum war. Das heißt, wenn die einfach nur die falsche Tür aufgemacht hätten, dann hätten die mich da sitzen sehen mit Kopfhörern auf, vor meinen Monitoren, mit Kamerateam und allem drum und da hätt's Nachfragen gegeben, auf die ich jetzt nicht so gute Antworten gehabt hätte. Halt mal die Tür zu nicht, dass sie versehentlich hier gleich rein platzen. Jungs, die sind auf Toilette. Die kommen gleich wieder raus und laufen wieder vorne rein, damit wird das Ganze... Willst du kurz warten? Oh, okay, jetzt sind wir da vorne, oder? Wir sind wieder vorne. Super, dann einmal mitkommen. Ihr könnt euch dann einmal bei der Nummer drei und vier kurz hinsetzen. Und dann haben sie eine Einweisung bekommen, wie das alles funktioniert. Scheiße, ich bin mir wie blind. Ich stecke schon an. Oh Gott, die Hände! Ihr bekommt jetzt von uns Waffen. Oh... Oh mein Gott! Okay. Warte mal, ich muss mal schießen. Gott, ich geh zu vorn. Ich gehe. Huh, ich bin dort. Download in progress. Und jetzt? Ja, die sind wirklich süß miteinander, wie die so miteinander umgehen und so. Oh Gott, ich sehe Zombies. Wie süß die auch so zusammen Zombies abknallen. Geht mir richtig herz auf. Wir hatten Thomas und Dani genau da, wo wir sie haben wollen. Jetzt können wir zur dritten Szene kommen. Dani, die ist ja Filmfan, hatte ich ja schon gesagt. Aber ganz besonders von Actionfilmen. Die macht da so Cosplay und all so Zeugs. Das heißt, es wäre ja schon auch ein Traum, der ihr erfüllt wird, die Hauptdarstellerin zu sein in so einem Actionfilm. Dafür konnte ich die Schauspieler Sabin Tambrea und Jan-Georg Schütte gewinnen. Die spielen zwei zwielichtige Gestalten aus der Unterwelt. Die haben jetzt von ihrem Boss den Auftrag bekommen, Dani den Brief, den sie in ihrer Tasche hat, abzunehmen. Dabei sollen sie nicht zimperlich sein. Okay Boss, also diese Dani hat den Brief, den wir besorgen sollen. Ja, wir besorgen den Brief. Klar. Mit allen Mitteln. Ja, mit allen Mitteln. War der Blitz an? Ja, hat geblitzt. Dani weiß ja gar nicht, was sie spielt. Klar. In der Handlung des Films ist sie eine Supersoldatin aus Russland und soll diesen Brief verteidigen. Also, das ist sie, Dani, auch genannt der Schakal. Schakal. Sie war Teil des Supersoldier-Programms von den Russen. Supersoldier. Wir haben natürlich vorher Thomas gefragt, was ist denn so speziell bei Dani, was wir einbauen können in die Handlung. Da hat er gesagt, sie ist begeisterte Acryl-Bild-Malerin. Gut. Na ja, und sie malt Acryl-Bilder. Alter. Das ist richtig geil. Was? Ja, Aquarell ist gestern, Öl ist vorgestern, Acryl, das bringt dich richtig auf Track. Acryl war vorgestern. Aquarell war gestern, Öl ist heute. Ich mal auch Acryl. Egal, auf jeden Fall brauchen wir diesen fucking Brief. Irgendwie wollen alle diesen Brief haben. Auch das Kartell natürlich. Fuck, das ist Hayato. Die Klingel vom Kartell. Die Klingel vom Klingel vom Klingel von Dany und des Wendels. Der Klingel ist falsch, ich weiß, dass er von euch haben. Manchmal nicht zurück, aber immer nur zu diradasen, ist er stehbar. Dany für die Klingel vom Klingel vom Klingel von Dany für den Super-Gerl-Programm. Sie malt sehr schöne Acryl-Bilder. Na ja, darüber kann man schreiben. Alles klar. Das ist toll. Das ist toll. Das ist toll. Was, du? Was, du? Was, du? Ja, du? Also, Hayato hat seine Konkurrenten aus dem Weg geräumt, jetzt will er Danis Super Soldier umlegen, weil sie den mysteriösen Brief hat, den er will. Dani und Thomas spielen da gemütlich rum, aber Dani wird gleich, ohne es zu merken, eine Hauptrolle in meinem Film spielen. Dani ist praktisch die Endgegnerin des Films. Das ist jetzt also der letzte große Kampf zwischen Hayato und Dani, Super Soldier von Russia. Obacht, jetzt kommt also Hayato da reinmarschiert und jetzt stellt man als Zuschauer fest, wie wollen die denn jetzt mit dem da einfach eine Szene drehen? Wie geht denn das? Ja, Dani hat ja diese VA-Brille auf und die Kopfhörer, die sieht nix und die hört nix. Das habe ich auch mal demonstriert. Sind's viele? Ja, hinten auch. Und als wir dann also sicher waren, dass Thomas und Dani jetzt nix mehr sehen, nix mehr hören, haben wir einfach den Stuntman da reingeschickt und auch den Kameramann. Und dann haben wir da einfach zehn Minuten eine Szene gedreht. In aller Herrgotts Ruhe, oder wie das heißt. Okay, und Stuntman ab. Oh, fuck. Das ist kein Problem. Ja! Komm her! Hilfe! Hinter dir, hinter dir! Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Im späteren fälligen Film sieht das richtig geil aus. Nur aus unserer Perspektive sieht es nicht ganz so gut aus. Ah! Wuhu! Wat-da-da! Wat-da-da! Oha! Ja, genau! Halleluja! Bitte! It's a wrap! Hayato ist tot. Szene ist im Kasten. Check! Ach, geklappt! So, Mission erfüllt! Ihr habt's geschafft! Ihr könnt eure Brille abnehmen! Wir haben jetzt weiterhin ihre Sightseeing-Tour gemacht mit dem Fahrer. Und wir mussten natürlich schon zum nächsten Set. Ein Restaurant. Hier werden wir die letzte und alles entscheidende Szene des Films drehen. Die Betreiber wussten Bescheid. Alle, die da sitzen, alles Komparsen. Sie kommen an! Sie kommen an! Sie kommen an, okay. So, Sie sind draußen. Hello again! Hallo! Na, wir sind jetzt hier im Schneeweiß. Und es geht natürlich alles auf uns. Sie wurden dann zu ihrem Platz gebracht. Das ist die Speisekarte. Danke schön! Danke schön! Danke schön! Wollen wir auch mal vorspeisen? Richtig hoch haben, oder? Ha? Es wird bezahlt. Jetzt hat man also wirklich gemerkt, dass Thomas sehr, sehr angespannt war. Weil er wusste, jetzt wird irgendwie hier dieser Antrag wohl stattfinden. Und irgendwie wird er damit ja auch was zu tun haben. Aber neben all dem, was wir da heute so gesehen haben, was braucht so ein Film noch? Einen guten Soundtrack. Crow, kommst du mal hier hin? Der hatte ja einen riesen Hit, nämlich Easy. Und er hat sich bereit erklärt, diesen Hit umzutexten auf exakt die Liebesgeschichte von Thomas und Dani. Ich bin echt nervös jetzt. Das ist schön. Das Gefühl hast mich sehr sympathisch. Deinen Song Easy, du wirst ihn jetzt gleich live performen. Aber wir tun so, als käme es praktisch aus dem Radio. Warte, ich fang jetzt an, ja? Ich zieh das jetzt hoch. Wir haben da eine Musikeinlage eingebaut. Und deswegen hatte Crow die Gelegenheit, diesen neu geschriebenen Song live zu spielen. Wir haben jetzt noch mal was ganz begonnen. Es ist ein Song, den sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht schon mal gehört haben. Aber in dieser Version ganz bestimmt nicht. Hier ist Crow mit der neuen Version von Easy. Leute sagen so mit Crow, what's kapiert? Nee, wir haben ja auch Spaß. Hast du das Lied? Wir haben eigentlich so ganz viele Sachen, die wir so über Thomas, über die beiden wussten, haben wir dann eingebaut in diesen Song, gemeinsam mit Crow. Also weiß ich nicht, dass die sich getroffen haben beim Lichterfest in Graz. Ich hatte das Thomas vorher schon gesagt, dass er, wenn der Song dann läuft, Daniel mal darauf aufmerksam macht, dass er auf den Text hört. Was singt der? Crow hat sich da wirklich richtig Mühe gegeben. Aber in dem Moment hat sie, und da möchte ich ehrlich sein, das nicht geschnallt. Und das Lied, hörst du nicht zu? Nee, hörst du nicht zu. Die Mühe war irgendwie umsonst. Tja, passiert. Scheiße. Und dann sagt ihr ja gerade, wie wir da in der Kommandozentrale gesessen sind und im Hintergrund sieht man den bekannten Kinoschauspieler Elin Hasanovic. Ich sterbe vor Aufregung. Ich weiß gar nicht, wie der da jetzt einfach in die Karte gucken kann. Ich glaube, ich komme rein und sage, du bist doch die Braut. Edin hatte jetzt eine ehrlicherweise ganz schön wichtige Rolle. Edin ist gemeinsam mit Gisem Emre das letzte Schauspielerpaar, was die Szene spielt, bevor es dann wirklich zum Heiratsantrag kommt. Jetzt kommen wir zum Genre Romantik. Liebesfilm. Wir haben jetzt also eine typische Szene, die wir jetzt sehen werden im Bereich Liebesfilm. Ich bin deine beste Fräulein, also hör auf mich. Mann, du musst zum Flughafen und sie aufhalten. Sie ist die Liebe deines Lebens. Ich weiß, aber sie ist mit einem reichen Typen viel glücklicher. Da gibt es also einen sympathischen Verlierer. Was soll sich schon mit so einem sympathischen Verlierertypen wie mir? Außerdem schaffe ich es auch nicht mehr zum Flughafen. Er möchte seine große Liebe davon abhalten, aus seinem Leben zu verschwinden. Da gibt es aber noch die beste Freundin, die ihm dabei helfen möchte. Du setzt dich jetzt ins Taxi und hältst sie davon ab, nach Portugal zu gehen, diesen fiesen Typen zu heiraten. Ich mach's. Du hast recht, ich setz alles auf meine Karte. Ich weiß, kannst du mir 50 Euro leihen? Ja? Okay, dann ist das halt so. Was ist los? Ich bin zu spät. Der Flieger ist weg. Es ist vorbei. Nein. Erinnert ihr euch noch an den Brief? Pass auf dich auf. Ja, wir besorgen den Brief. Klar. Der wird jetzt den wichtigsten Auftritt des kompletten Filmes haben. Sie hat wohl einen Abschiedsbrief Dany und Thomas gegeben. Die sind hier wohl im Restaurant um die Ecke. Ja, hol ihn dir! Go! Meinst du? Ja! Ja? Los! Hol dir den Abschiedsbrief! Erinnert hat sich auf den Weg gemacht zum Restaurant, um eben diese zwei Menschen zu finden, die seinen Brief haben. Und diese Menschen sind zufälligerweise Thomas und Dany. So, Erinn ist drin. Entschuldigung, seid ihr Thomas und Dany? Thomas, Dany? Ja. Hallo, ihr seid Thomas, Dany? Darf ich mich einmal kurz... Ja, klar. Mal kurz... Ich will gar nicht stören. Danke schön, sorry. Tut mir leid. Ja, ich bin... Hallo. Ich dachte... Ich dachte ja, dass ihr das wisst. Ihr habt was, was quasi an mich adressiert ist. Okay. Einen Brief habt ihr für mich? So, jetzt wurde es alles ein bisschen komisch. Vor allen Dingen natürlich für Dany. Jetzt kommt Edin da zum Tisch und fragt nach einem Brief. Und ihr fällt ein, ja, Moment mal, ich hab ja einen Brief den ganzen Tag schon. Ja? Ja? Was für eine Frau mit Prille? Ja. Einen Brief brauchst du? Das ist meiner, ja. Einen Massage-Gutschein? Ja, es ist wohl nicht nur Massage, es ist... Es ist ein Abschiedsbrief, ja. Okay. Okay. Und spätestens da wusste sie natürlich, irgendwas ist hier faul. Ab woher beißt du den Bild dazu? Wurde mir gesagt. Gut. Alles klar. So. Dankeschön. Gerne. Danke. Seid ihr zusammen oder verheiratet, oder? Nee. Zusammen? Ich kann euch einen Rat geben, wenn ihr... Wenn ihr jemanden gefunden habt, den ihr wirklich... Also den ihr wirklich liebt. Dann haltet den fest, macht nicht den selben Fehler, wie ich es gemacht habe. Jetzt gibt also Dani Edin den Brief. Und man denkt natürlich, es ist jetzt der Abschiedsbrief. Aber in diesem Brief gibt es eine versteckte Tasche. Einen doppelten Boden. Und in diesem doppelten Boden ist ein anderer Brief. Vielleicht liest du einfach vor. Ja? Ja. Das kann das nicht. Aber ist es wirklich der Abschiedsbrief? Oder ist es was ganz anderes? Er liest vor. Ähm... Mein erster Brief unbeantwortet. Zweieinhalb Monate später mein zweiter Brief an dich. Du warst über 6000 Kilometer von mir entfernt. Und deine Antwort kam den Tag darauf. Und hat mein Leben komplett verändert. Es ist die Liebeserklärung von Thomas an Dani. Du hast deine Familie, deine Freunde für mich zurückgelassen. Das ist einfach Wahnsinn. Und das Besondere ist, sie hatte den Heiratsantrag den ganzen Tag in ihrer Tasche. Genial, oder? Du bist für mich eigentlich der wundervollste und wichtigste Mensch in meinem Leben geworden. Die letzten dreieinhalb Jahre mit dir waren, glaube ich, das Schönste, was man sich vorstellen kann. Du bist meine Traumfrau. Du bist mein Zuhause. Und du bist die Liebe meines Lebens. Und ich möchte noch so viele schöne Momente mit dir gemeinsam verbringen. Darum möchte ich dich hier und jetzt fragen, heute. Wie mit Dani? Willst du mich heiraten? Ja? Ja, Lucille! Wir wünschen Dani und Thomas nur das aller allerbeste. Ich hoffe, ich konnte diesen Start in ein gemeinsames, schönes, langes Leben ein wenig erinnerungswerter gestalten. Ich habe schon so im Vorhinein, die Jahre davor, die wir uns gekannt haben, mal so überlegt, was wir den sagen, wenn. Mhm. Und da war mir schon klar, ja. Dass ich ja sagen werde. Ja. 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 Ja.